also ich zeige euch wie man das waffen design oder die fahrzeug lackierung ändern kann und zwar geht ihr hier erstmal auf agenten auf bearbeiten und wählt dann die waffe von dem agenten aus hier also schusswaffe quasi und dann wählt ihr einfach hier ein skin aus und dann gekauft und dann kriegt ihr schon mal ein erfolg oder eine trophy und dann könnt ihr noch mal die wenn ein agent ein fahrzeug hat könnt ihr bei dem auch die lackierung wechseln dann geht ja auch einfach hier drauf dann sagt kaufen wir einfach das hier warum es gerade nicht angezeigt wird keine ahnung aber jedenfalls ihr wisst jetzt wie man das ändern kann alles klar guckt das neue mark menzel video